Herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash, holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es mal wieder um unsere beste Freundin Anne Wünsche und die nächste Fragerunde auf Instagram von ihr. Und ich dachte, das wäre doch spannend und wenn ihr solche Videos mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Übrigens, am Sonntag gibt es ausnahmsweise am Abend hier mal kein Stream, das wird dann am Montag nachgeholt. Und aufgrund dessen, weil es mir einfach lieber ist, weil ich an dem Tag ein Interview hochlade auf dem DaVinci-Kanal. Da geht es um Rebecca Rolsch, da haben wir die Freundin von ihr interviewt und da könnt ihr gerne dann um 20 Uhr das Video schauen, das geht auch ein bisschen länger. Da würde ich die komplette Aufmerksamkeit meiner kompletten Reichweite dann gerne darauf lenken und auch so ein bisschen die ersten Stunden die Kommentare beäugen. Und dann streamt ja auch noch Bernie, mit dem ich das Interview gemacht habe, live das Interview. Und von daher, seht es mir nach, wir holen das dann aber am Montag nach und ich werde das auch nochmal im Community-Tab teilen, auch auf meinem DaVinci-Kanal. Dass wir dann dort auch wieder über Rebecca Rolsch und die aktuellen Ereignisse rund um Anne Wünsche und Co. quatschen. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ansonsten hier nochmal ganz klar, Montag, dann 20 Uhr. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier direkt in die Fragerunde und die hat es in sich. Wann kommt der nächste Vlog auf YouTube, Marc, deine Vlogs? Oh stimmt, ich war so gut dabei und dann wieder keine Zeit gehabt, ich nehme mir das wieder vor. Und ja, so weit, so gut. Dann kommt hier die nächste Frage. Lieblingsfibrator, dieser hier. Also sie verlinkt dann hier auch gleich Werbung. Also so viel Zeit muss bei Anne Wünsche sein, ja. Da wird auch bei der Fragerunde gleich weiterhin Geld verdient. Gut, ist auch legitim, wenn man jetzt wirklich gefragt wird, aber auf der anderen Seite. Ja, könnt ihr ja mal eure Meinung sagen, ne. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Am Dienstag hatte du zum ersten Mal eine Pediküre-Termin. Ich habe den Typen fast vom Stuhl getreten, habe es einfach nicht ausgehalten, bin zu kitzelig für sowas, ja. Aber das kann ja durchaus mal vorkommen. Trägt Toni noch eine Windel? Das interessiert mich jetzt nicht so. Dann geht es hier weiter. Wurdest du Karim heiraten oder ist heiraten nicht so deins beziehungsweise eures? Die Frage kommt echt immer. Ich will nicht heiraten. Die Beziehung läuft auch ohne Ehe gut. Kann ich auch verstehen. Also ich finde es auch mittlerweile. Also wenn ich so überlege, wer jetzt in meinem bekannten Freundeskreis geheiratet hat, da sind einige Ehen schon geschieden und ich bin noch nicht mal alt. Also wo ich sage, okay, das hat jetzt nicht so lange gehalten. Und teilweise mit Lug und Trug und schlimmsten Dingen. Also sowas muss dann auch nicht sein. Wo ich auch ein bisschen Romantiker bin. Vielleicht trifft man ja doch noch die Richtige. Aber ich glaube da dann auch nicht so wirklich. Die Beziehung läuft auch ohne Ehe gut. Dann geht es weiter. Und die Vergangenheit hat mir gezeigt, wie schnell man Gefühle für einen Partner verlieren kann. Und deshalb glaube ich nicht mehr anders für immer. Ich nehme es, wie es kommt und genieße die Zeit, die ich mit Karim habe. Das ist auch eigentlich relativ vernünftig. Dann geht es weiter. Kannst du deine Füße zeigen bitte? Also Fußliebhaber klicken hier. Also auch dort wird wieder Wärmung betrieben. Und das ist mir halt dann auch so ein bisschen sauer aufgestoßen. Also es wechselt sich immer zwischen einer normalen Frage ab. Und dann ja zeig Füße und zeig Titten und keine Ahnung was. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, niveaulos. Alles ist so ein Kräftezehren für was? Funktioniert ja eh nicht. Wie machst du das? Wie soll das auch funktionieren, wenn ich daran glaube? Ändere den Plan, aber niemals dein Ziel. Ja, auf was auch immer jetzt hier angesprochen wird. Ob das jetzt auch eine von ihren OF-Girls ist, die das jetzt auch versucht hat. Und merkt ja von meinen 100 oder 500 Followern, klappt das nicht so wie bei Anne? Wo bleibt meine Million? Kommt dein Manifestationsbuch? Gott, die hat jetzt auch noch so ein Buch. Das ist auch so ein Trend. Manifestiere und dann klappt alles. Mag ja sein. Also wenn ich jetzt positiv denke, dann ist es auch meist grundsätzlich so business-technisch durchaus förderlich. Und wenn man sich grobe Ziele setzt und das manifestiert, dann kann man das auch erreichen, wenn man daran arbeitet. Aber wie gesagt, weiß ich nicht, ob man jetzt von ihr unbedingt so ein Buch braucht, wage ich zu bezweifeln. Ja, das ist schon lange im Druck und wird sicher Anfang April wieder verfügbar sein. Also es gab es auch schon. Aber im Prinzip ist es auch nur, glaube ich, ein Buch, was man selber als Journal beschreiben soll, oder? Da hat sie jetzt keine Weisheiten drin, oder? Und wenn, sind sie geklaut wahrscheinlich. Und so eine Sprüche, jede zweite Seite von Gandhi. Und dann soll man da irgendwie selbst sein Journal schreiben wahrscheinlich. Haben aber viele schon gemacht. Aber ich finde sowas auch immer so, uah. Bezahlt Karim auch Miete und Lebensmittel? Ne, der wohnt ja komplett, der bezahlt gar alles wahrscheinlich. Ja, natürlich, er wohnt und lebt ja hier. Also auch so Fragen, wo ich auch frage, ja, was soll er denn da sonst machen? Sehr merkwürdig teilweise. Kann stolz auf dich sein, wo willst du noch hin, was willst du noch erreichen? Danke. Ich bin der Meinung, wenn man aufhört, Ziele zu haben, bleibt man stehen. Und das möchte ich persönlich nicht. Ich möchte mit all meinen Projekten natürlich noch ordentlich wachsen und arbeite täglich daran. Ja, das ist ja grundsätzlich auch richtig. Ich glaube, man sollte auch bis ins hohe Alter so denken. Keine Frage, liebe deine aktuelle Entwicklungen sehr. Dankeschön. Also kritische Fragen sind jetzt da nicht so gern gesehen. Wie schaffst du das alles alleine mit drei Kindern? Also die hat ja auch noch einen Mann. Aber na gut, ich bin zwar nicht allein, aber Karim arbeitet auch viel und hat seine eigenen Projekte. Ich arbeite mit schnell Hilfe geholt, jemanden eingestellt, der mich beim Haus hat und den Kids unterstützt. Also sie hatte auch eine Nanny. Das war mir persönlich wichtig und hatte gleichzeitig noch mehr Druck ausgelöst. Denn mit jedem Angestellten wächst die Verantwortung. Aber für mich hat sich das schnell gelohnt. Also ich denke auch, dass wenn man jetzt irgendwie eine Nanny zu Hause hat, das durchaus hilfreich sein kann. Denn dadurch hat man natürlich mehr Zeit für sein eigenes Business. Und wenn man selber die Möglichkeit hat, selbst auch Geld zu generieren mit Content, dann ist das glaube ich immer recht förderlich. Finde ich jetzt persönlich jetzt auch okay. Aber dann geht es weiter. Gibt es auch Pärchenpicks auf deinem Account VIP beziehungsweise mal geplant? Nein, also zumindest nicht mit meinem Partner. Aber mit Mädels habe ich schon mal Content zusammen gemacht. Würde ich auch wieder tun. Anne. Dann geht es weiter. Andere schauen Netflix. Ich lerne und schaue mir Videos an, um noch besser zu werden. Gute Nacht, Schlaf, Gute. Ja, was auch immer das jetzt hier war. Wahrscheinlich guckt sie hier die Bushido-Doku und lernt dabei, wie die Familie dort die Kinder vermarktet im Fernsehen. Es ging dann noch mit den Weisheiten weiter. Denn Anne Wünsche möchte die Zuschauer gerne auch motivieren. Sie hat zum Teil nicht ganz Unrecht. Aber ich dachte, wir können das jetzt hier noch mit reinfügen, damit das Video auch nochmal ein bisschen Anne und ihre Storys hier zeigt. Und wie sie sich so ein bisschen auch dazu äußert. Und hier gab es ein Posting, was dann so ein bisschen kritisiert wurde. Da ging es im Prinzip auch darum, die Leute so ein bisschen zu motivieren. Und mach was aus deiner Zeit, deinem Leben und fang was Wertvolles an mit deiner Zeit. Und dann gab es dann hier einen Post von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer. Aber ob ich arm sterbe oder reich, ist dem Tod egal. Denn mitnehmen kann ich sowieso nichts. Also schwierig, dieser Satz. Und dann hat sie das gleich in der Story gepostet. Also selbst sowas ist dann schon ausreichend bei ihr, dass sie getriggert ist. Hast recht. Also bleib lieber auf dem Sofa sitzen und schau anderen dabei zu, wie sie das Beste aus ihrem Leben rausholen. Dann ja provokant und ihr könnt mal unten reinschreiben, hat sie vielleicht so ein bisschen sogar recht. Und sollte man wirklich hart an sich arbeiten und vorankommen und was dann auch für sich tun und den eigenen Fortschritt. Oder sollte man alles, was andere erreicht haben, immer madig reden. Das ist die Frage, die ich euch stelle. Durchaus hat sie vielleicht auch so ein paar Punkte, wo man sagen könnte, okay, man muss irgendwie auch so ein bisschen den Arsch hochkriegen. Und da gebe ich ihr zum Teil auch so ein bisschen recht. Aber sie hat dann auch noch mal so ein paar andere Sachen gesagt und darüber kann man auch gerne diskutieren, finde ich. Leute, mit so einer Einstellung werden nie etwas irgendwo erreichen, weil sie einfach ein komplett falsches Mindset haben. Dann bleib sitzen. Dann bleib sitzen auf dem Sofa und gucke anderen dabei zu, wie sie ihr Leben leben. Natürlich weiß man nie, wann es vorbei ist. Natürlich nicht. Das weiß ich auch nicht. Es kann sein, dass ich heute ins Aufgesteigen fahre als Tropical Island Autobahn. Irgendjemand guckt aufs Handy und fährt bei uns rein. Man weiß es nicht. Aber das ist doch kein Grund, das Leben nicht zu leben. Sich finanziell frei zu machen. Sich irgendwie was leisten zu wollen im Leben. Das ist doch kein Grund, den ganzen Tag auf dem Sofa zu sitzen und nichts zu tun. Es nicht mal zu versuchen. Bleib sitzen. Bleib sitzen. Es gibt genügend andere, die holen sich, was sie wollen. Dann ist genug für uns alle da, wenn du sitzen bleibst. Es gibt so, so viele Leute, die halt immer sagen, ja, aber, aber. Und ich bin ja glücklich, so wie es ist. Und die reden sich das ein, um nicht aus dieser Komfortzone rauszumüssen. Und dann bei der nächsten Gelegenheit beschweren sie sich, dass sie nicht können. Und sie würden so gerne. Aber sie können sich das nicht leisten. Das ist dann für mich immer so, du hast doch die Möglichkeit, aber ich glaube, du bist zufrieden, so wie es ist. Wenn ich es wirklich nur schaffe, einen dieser Menschen aus dieser Komfortzone zu locken und endlich mal auf den Weg zu bringen, den sie eigentlich sowieso die ganze Zeit gehen wollen, aber sich nicht trauen. Und dann macht mich das glücklich. Dann macht mich das richtig stolz und glücklich. Sie hat ja durchaus nicht Unrecht und ich muss auch sagen, viele sehen auch nicht unbedingt die Arbeit und den Ehrgeiz, den man hinter so einer Social-Media-Karriere benötigt. Also das ist durchaus nicht so, dass jetzt alle Wünsche schon immer ihre eine Million Follower hatte. Das ist in der Tat so und sie hat natürlich dafür auch was machen müssen. Und klar, es ist immer so ein Mittelding aus Arbeit und ja auch ein wenig Glück, was man benötigt. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt hier nochmal das Posting durch. Wenn du arm geboren wirst, dann ist es nicht deine Schuld. Wenn du arm stirbst, dann ist es deine Schuld. Du hast dein Leben, ganzes Leben Zeit, um etwas Wertvolles mit deinem Leben anzufangen. Eine starke Aussage, aber wo er recht hat, hat er nun mal recht. Mach was aus deinem Leben. Und ja, da gibt es in der Tat viele, die auch solche Postings machen. Und ich finde jetzt da grundsätzlich auch nichts Verwerfliches. Also ich folge auch um Bodo Schäfer und Co. Habe einige Bücher schon gelesen. Und ja, habe auch versucht, mich da fortzubilden und erfolgreicher zu werden. Also auch für mich jetzt als Mensch. Und ja, habe mich da auch durch Studium bekämpft und Co. Und habe währenddessen angefangen, Videos hochzuladen. Ja, manche haben gesagt, oh, du bist doch eigentlich schon zu alt für diesen YouTube-Quatsch. Ich war damals auch schon fast 30. Also ich sehe zwar jünger aus, aber damals war ich auch fast 30. Und habe gesagt, ey, nee, ich habe irgendwie Bock drauf. Und ich habe gar nicht ans große Geld gedacht. Sonst hätte ich auch anderen Content hochgeladen als Meinungsblogs oder Vlogs zu Beginn. Aber ich habe auch gesagt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie so ein bisschen mal was für mich tun. Und an meinem Fortschritt arbeiten. Und wollte was Kreatives machen neben der Arbeit und neben dem Studium. Und habe dann mit diesem YouTube-Kram begonnen. Und daraus wurde dann ein Nebenjob. Und dann nach dem Studium und während des Studiums auch schon ein richtiger Job. Und eine Selbstständigkeit dann ab 2019. Also ich bin jetzt auch schon seit fünf Jahren selbstständig. Das können die wenigsten behaupten. Gerade auch im Internet verdienen die wenigsten dann wirklich mal Geld. Weil das ist gar nicht so einfach, im Internet dann wirklich auch Geld zu generieren. Und das halt mit meinen Videos. Und da sagen auch viele, ja, das ist doch kein Aufwand. Und auch das ist Quatsch, was du hier machst. Und mögen meinen Content nicht und Co. Und reden den Woche für Woche schlecht. Aber wie gesagt, ich habe mit Null angefangen. Habe jetzt auch mehrere Kanäle, die Geld erwirtschaften mit einem Hobby. Das ist ein Privileg. Und ich bin da verdammt stolz. Und das hat auch bedeutet, dass ich damit anfangen musste. Dass ich auch immer durchziehen musste. Es auch getan habe. Und immer auch meinen Spaß und mein Ziel nie aus dem Auge verloren habe. Egal, ob der Kanal hier oder auch der Da Vinci-Kanal schlecht läuft oder gut. Ich habe immer durchgezogen. Und das werde ich auch die nächsten Jahre, solange ich atme, weitermachen. Weil es mir einfach Spaß macht. Und das auch irgendwie so meine Leidenschaft, meine Passion ist. Und daraus habe ich dann halt auch schon Monate gehabt, wo ich dann gedachte, wow, ich verdiene plötzlich das Doppelte oder Dreifache, wie manche, die 50 Stunden im Management sitzen. Und das gab es so Monate, wo ich dachte, wow, was ist hier theoretisch noch alles in Zukunft möglich. Und das würde ich mir auch für euch wünschen, dass ihr vielleicht auch irgendwas findet, was euch Spaß macht. Und wenn ihr auch so erfolgreich werdet wollt, dann kommt in meinen Coaching, ihr Spaß beiseite. Das würde ja zu diesem Beet hier im Hintergrund passen. Aber jetzt nochmal, um das jetzt vernünftig zu beenden, sie hat nicht ganz Unrecht. Dennoch finde ich die Attitüde und wie man es rüberbringt teilweise ein bisschen schwierig. Die Fragerunde fand ich auch ein bisschen komisch, aber nur gut. Ich dachte, ich bringe auch mal so ein bisschen was Positives zu anderen Wünsche zum Ende rein. Denn grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, Leute zu motivieren, was aus sich zu machen. Allerdings dann immer dieses OF-Ding da als Geschichte zu benennen, als Teil des Plans, finde ich wiederum total falsch. Und da sollte sie dann die anderen Dinge, finde ich, mehr promoten und sagen, ey, ich habe hier auch noch ein Café, ich habe hier meine Bücher. Sie hat verschiedene Einkommensquellen und macht das auch gar nicht so verkehrt mit ihren Shops und so weiter, ob man jetzt drauf steht oder nicht. Aber wenn es Leute gibt, die sich irgendwelche an Disney angelegten Tassen und Co. dann kaufen oder irgendwelche Hefte, wo man dann selbst das Buch für sich schreibt, Das ist dann vollkommen legitim für mich. Also mir tut das dann nicht weh. Also es ist sehr clever von ihr. Aber wie gesagt, trotzdem muss man sie auch immer wieder kritisch beäugen. Und ich bin gespannt, wie ihr das Video jetzt vernehmt. Das soll es dann für heute erstmal gewesen sein. Bis dann und tschau tschau. Bis dann.